Herzlich willkommen zu einem neuen Review von TopTrends. In diesem Video werfen wir einen gründlichen Blick auf den LaResa Ultra 7, einen kabellosen Akku-Staubsauger, der mit beeindruckenden Spezifikationen und Funktionen aufwartet. Dieses Gerät verspricht eine starke Leistung auf verschiedenen Bodenarten und kommt mit einer Reihe von fortschrittlichen Features, die das Reinigen deines Zuhauses erleichtern sollen. Bleib dran, während wir jedes Detail dieses Staubsaugers durchgehen. Der LaResa Ultra 7 zeichnet sich durch ein modernes und funktionales Design aus. Mit einem Gewicht von nur 3,63 kg ist er leicht genug, um mühelos durch verschiedene Räume getragen zu werden. Die wandmontierte Ladestation ist nicht nur praktisch, sondern spart auch Platz, da der Staubsauger bei Nichtgebrauch aufgeladen und verstaut werden kann. Ein besonders hervorzuhebendes Feature ist die 270 Grad schwenkbare Bodenbürste mit Frontlicht, die eine flexible Manövrierbarkeit ermöglicht und selbst dunkle Ecken erleuchtet. Das ergonomische Design des Stabstaubsaugers garantiert Komfort bei der Nutzung unabhängig von der Körpergröße dank der verstellbaren Teleskopstange, die von 90 bis zu 139 cm eingestellt werden kann. Der LaResa Ultra 7 ist mit einem kraftvollen 550 Watt bürstenlosen Hochgeschwindigkeitsmotor ausgestattet, der eine Saugleistung von bis zu 45.000 Paar bietet. Diese immense Kraft ist besonders effektiv beim Aufnehmen von Staub, größeren Schmutzpartikeln, Einstreu und Tierhaaren, sogar auf Hochflorteppichen. Mit drei einstellbaren Saugstufen kannst du die Intensität der Saugkraft je nach Bedarf anpassen, was den Staubsauger äußerst vielseitig macht. Der Akku ist ein weiterer starker Punkt des LaResa Ultra 7. Mit einer Kapazität, die eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten im Standardmodus ermöglicht und einer Schnellladung von nur 4 Stunden, ist dieser Staubsauger ideal für längere Reinigungssessions. Der austauschbare 8-Zellen-Akku mit Lithium-Ionen-Technologie bietet eine längere Lebensdauer und eine geringere Ausfallrate im Vergleich zu herkömmlichen Akkus. Der HD Smart Touchscreen ist eine innovative Ergänzung, die eine einfache Überwachung und Steuerung des Geräts ermöglicht. Auf dem Display werden Betriebsmodus und Leistungsstatus deutlich angezeigt. Bei einer Verstopfung leuchtet eine rote Anzeige auf, um dich zur Reinigung des Staubsaugers aufzufordern. Über den Touchscreen lässt sich zudem die Saugkraft leicht anpassen, was eine energieeffiziente und effektive Reinigung gewährleistet. Das mehrschichtige Zyklonfiltersystem des Ultra 7 fängt selbst mikroskopisch kleine Partikel bis zu 0,1 Mikrometern auf. Dank der starken Zentrifugalkraft und des vollständig versiegelten Systems bleibt der Staub sicher im 1,5 Liter großen Staubbehälter. Die Luft, die von diesem Staubsauger ausgeblasen wird, ist frisch und sauber mit einer Staubentfernungsrate von bis zu 99,99 Prozent. Im Lieferumfang des Laresa Ultra 7 sind neben dem Staubsauger selbst eine wandmontierte Ladestation, eine Fugendüse, ein HEPA-Filter, ein Adapter, eine Mini-Reinigungsbürste, eine Kurzanleitung sowie eine deutschsprachige Broschüre enthalten. Dieses umfangreiche Zubehörpaket stellt sicher, dass du für verschiedene Reinigungsanforderungen bestens ausgerüstet bist. Der Laresa Ultra 7 Akku-Staubsauger bietet eine beeindruckende Kombination aus Leistung, Benutzerfreundlichkeit und innovativen Features. Ob für die schnelle tägliche Reinigung oder die gründliche Sauberkeit bei großen Reinigungsaktionen, dieses Gerät ist eine ausgezeichnete Wahl für jeden Haushalt. Seine starke Saugkraft, lange Akkulaufzeit und einfache Bedienung machen ihn zu einem herausragenden Helfer im Kampf gegen Staub und Schmutz auf allen Bodenarten. Bei Amazon erreicht der Laresa Ultra 7 Akku-Staubsauger eine Kundenzufriedenheit von 4,8 von 5 möglichen Sternen bei derzeit knapp 600 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 230 Euro. Das war's mit unserem Video über den Laresa Ultra 7 Akku-Staubsauger. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten so gleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den Laresa Ultra 7 Akku-Staubsauger zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Laresa Ultra 7 Akku-Staubsauger haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Wir hoffen, dass du das Video schaust hast, wenn du das Video schaust hast.